Was hat Ihnen das Mädel getan? Ich habe nur eine Aufgabe zu erfüllen. Ich bin kein Sadist. Bleiben Sie stehen. Warum störten Ihre Freunde nicht? Keine Ahnung. Ich könnte rausgehen und Sie fragen, wenn Sie wollen. Nehmen Sie bitte Annas Position ein. Nehmen Sie bitte Annas Position ein. Und bitte beeilen Sie sich. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Oder haben Sie es schon vergessen? Sie müssen so sein, wie wir. Muss ich das? Vorsicht, Finger weg. So, das wäre es. Claudia. Hallo. Das ist der Herr Grover. Grüß Gott. Guten Tag. Grüß Gott. Ich wollte eh mit dir reden, aber ich war dann so beschäftigt. Beschäftigt? Und... Was ist das? Das ist eine Brockhaus-Gesamtausgabe. 87. Luxus-Ausgabe mit Kalbsleder, einer Goldprägung. Sehr schön. Wie viel hat er verlangt? 20.000. Bist du verrückt? Weißt du, was er gekostet hat? Das ist mein Brockhaus, den ich von meinem Vater zu meiner Matura geschenkt bekommen habe. Also. 25. Wie bitte? Aber da, und das muss ich offensichtlich um ein Missverständnis handeln. Das glaube ich kaum. Du bringst dich wieder rauf. Wie oft hast du denn reingeschaut in den scheiß Brockhaus? Ich sehr oft, immer wenn ich was wissen wollte. Thomas, ist was passiert? Die Dings ist netter. Wolltest du zu ihr? Nein, nein. Stell. Nein. Hallo übrigens. Hallo. Was ist das? Für dich ein Einstandsgeschenk. Oh. Und da ist das Geld, was ich dir noch schuldig bin. Was? Wofür hast du denn das? Na, verdient. Verdient? Wie verdient? Von Erich irgendwo hier geschäftet? Nein. Das ist mein Erich, es ist erledigt. Ich möchte ganz einfach, dass wir wieder zu ihm zählen. Claudia. Warum nicht? Es ist doch gut so, wie es ist, oder? Ja. Schau. Was denn? Mir geht es jetzt wirklich gut. Dir geht es jetzt wirklich gut? Das ist ja toll. Das ist echt fein, dass es dir wirklich so gut geht. Und ich gebe es zum Stress an. Jetzt bitte. Sofort. Das will ich nicht. Das will ich nicht. Das will ich nicht. Vielen Dank.